Der Vorteil von SEMA als CAD-Programm gegenüber anderen Herstellern ist eine fehlerfreie Übergabe vom CAD direkt auf die Maschine. Bevor wir das Naturholzhaus gegründet haben, habe ich auch auf anderen CAD-Programmen gearbeitet. Die Flexibilität, Kontinuität und Genauigkeit von SEMA hat mich aber überzeugt, auch auf SEMA umzusteigen, wie auch meine beiden Geschäftspartner.